Jo, was geht ab, liebe FIFA-Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ihr reinschaut. Eure Unterstützung ist mir sehr wichtig. Ich würde sagen, kleine Video an, dann geht's weiter. Soll ich diesen Teil vorziehen? Dann könnte Alex früher gehen. Äh, ja. Wir sehen, was sich tun lässt. Okay. Alex! Meike! Ich will dir jemanden vorstellen. Alex Hunter, Corey Dubois. Corey ist der Brand Director bei dem Dreh. Nicht, Sie kennenzulernen, Mr. Dubois. Nein, einfach nur Corey, bitte. Hast du sowas schon mal gemacht, Alex? Nein, niemals. Noch nie? Na ja, in der Schule war ich mal in einem Theaterstück dabei, ja. Okay, ist alles super, Alex. Ist alles super. Katie! Komm mal hierher. Das ist Alex Hunter. Hi. Hi. Bist du fertig mit Uncle? Ja. Ja? Super. Okay, dann schnapp dir Alex. Bei den Wangen hast du leichte Arbeit, oder? Wie läuft das mit dem Text? Gut, würde ich sagen, ähm... First never follows. Falscher Text. Äh, äh... Nur Spaß. War nur Spaß. Klingt wirklich super, hey. Wenn du das vor der Kamera so machst, ist das Gold. Ja, klar. Hast du Angel schon getroffen? Noch nicht, äh... die... die... die Maria? Angel? Es Alex Hunter. Hola, amigo. Como estas? Oh. Haha, man. Vamos a divertirnos hoy. Das wird wirklich klasse. Große Klasse. Hey, wenn du einen Moment Zeit hast, geh zu meinem Assistenten. Der gibt dir alles, was du brauchst. Alle Adidas Produkte, die es gibt. Boom. Gehört alles dir. Angel, por favor. Hu, 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 hu. Oh, Leute, wie geil. Die Maria. Sehr geil. So. Sehr nice. Jetzt haben wir auch noch die Maria... Angel, oder wie der genannt wird. Angel die Maria, sag ich einfach mal. Ähm, jetzt haben wir den auch mal getroffen. So, wo geht's als nächstes hin? Dribbling. Machen wir mal schnell eine Dribble... eine Dribbling-Runde und dann... Weiß ich gar nicht. Also, die Saison, die Liga, darf ja auch nicht mehr lange gehen. Komm, machen wir eine schnelle Runde. Ballbesitz halten und durchsetzen. Sehr schön. Okay. Das wird dann mal ein Spaß hier. Uah. Na. Gleich schon minus 100 Punkte. Hey. Ich konnte das doch mal besser. Moment mal. Ich muss da durch. Hey. Der kann... Also, der... Der Hunter kann ja noch nicht die Spezialbewegung. Das ist... Ein Riesenproblem. Ja. Der kann das noch gar nicht. Okay. Jetzt sind die sogar zu zweit. Oh. Mein oh mein oh mein. Das wird mal ein Spaß hier. Hey. Der braucht dich doch nur einmal... geradeaus durchlaufen. zu wenig Punkte, zu wenig Punkte. Eindeutig. Mehr Einsatz. Neuer Versuch. Neues Glück. Also, ich darf die Minuspunkte nicht kriegen. Da. Das ist ja alles akzeptabel, aber die Minuspunkte nicht. Ja. Oh, das ging doch. Wow, das ging doch. Ich dachte, das ging nicht. Na. Gleich mal nochmal probieren, ob es geht. Das geht, das geht, das geht. Super, 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 das geht. Gleich nochmal probieren. Hey. Nein, nicht ausgehen. Ach, Mann. Nicht ausgehen. Ach, fick dich doch, Mann. Sorry für den Ausdruck, aber... Hey, das gibt's doch nicht, oder? Da, nehm ich nochmal Punkte mit. So knapp. Ja, dann probieren wir es doch noch einmal. Ich hab das Gefühl, ich hab's jetzt besser drauf. Naja, ist nur ein Gefühl. Haha. Hey. Ah. Okay. Der will's mir halt richtig zeigen, der Typ. Zurück, 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 zurück. Nein, was machst du da? Ach, Mann, oh. Nein, 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 nein. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nein, nicht mehr schön. Das war jetzt richtig kacke. So, ich muss wenigstens gut rauskriegen. Also, exzellent ist jetzt nicht wichtig, aber ich muss wenigstens die Marke gut rauskriegen da. Und das hab ich jetzt. Das hab ich jetzt. Gut gemacht. Heißt das hier. Ich lass es so. 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 Hm. Okay. Das ist jetzt eine Runde stärker. Oh. Oh, da gibt's ja Punkteabzüge. Da gab's ja Punkteabzüge dafür. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab das noch nicht richtig kapiert. Also, die erste Runde... Okay, die wird scheiße, aber ist mir egal. Ich muss mal... Erstmal ein bisschen... Also, die erste Runde geht eigentlich nur zum Üben da, ja? Die ist nur zum Üben da, meine ich jetzt mal. Hey, was machst du da? Die schönen... Die schönen... Ja, die schönen Dreher. Mach doch mal was. Die schönen Schrauben, die du da immer machst. Okay. Okay. 2500 Punkte gibt's dafür. Ja, richtig schön. Ja! 1000 Punkte! 1000 Punkte! 1000 Punkte! Minus 500 Punkte. Alter, ist das schwer! Oh, falsches Tor, falsches Tor, falsches Tor! Ah! Minus 500 Punkte. Hätte ich jetzt nicht nötig. Sehr schön! Hey, ich war doch durch! Ja! Nice! Sehr schön! Gut gemacht! Exzellent! Wir lassen es dabei zum zweiten Mal geschafft. Also, beim zweiten Mal, nicht zum zweiten Mal. Sehr schön! Ich bin zufrieden! Schauen wir mal, was jetzt kommt. Also, wir haben auf jeden Fall einen Vertrag mit Adidas abgeschlossen. Sehr gut! Das wird unser Wert nochmal hochschrauben und unser Gehalt natürlich auch sehr wichtig. dass man solche Sponsoren reinholt. Dann ist es jetzt nur noch wichtig, dass unsere Karriere gut läuft. Alles andere passt schon mal. Gegen West Ham United, die sind echt gut. Müssen wir aufpassen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Mit Team spielen oder mit Hunter spielen. Wir spielen mit... Wir spielen mit Hunter, komm! Ja! Aha, 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 aha. Also, sehr viele Nachrichten. Täglich, täglich sehr viele Nachrichten. Und ich habe schon über 300.000 Follower. Sehr schön. Drei Tore in den letzten drei Spielen. In den letzten drei Spielen hat er dreimal getroffen. FC Sunderland gegen West Ham United. Okay, los Leute, los Leute. Och Mann, du Bienenkopf. Das gibt es doch nicht. Er kommt. Payet am Ball. Payet mit dem schönen Freistoß. Andrew Ayew. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Andrew Ayew. Vor dem müssen wir aufpassen. Ist echt ein guter Spieler. Oh, wow, 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 wow. Okay. Ja, wollt ihr mal hier ein bisschen weitermachen? Ja, natürlich bin ich jetzt schuldig. Ja, klar. Ich bin jetzt schuldig. Winston Reed. Aber komisch, dass die nicht angreifen. Also meine Leute, warum greifen die nicht an? Ja, wer steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Klasse Tickling. Nein, was macht ihr da? Dann verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön. Ball in die Mitte. Jetzt weiterlaufen lassen. Also ich habe Ball nicht angefordert. Was war das für ein schwacher Ball? Pedro Obiang. Ein sehr schwacher Pass. Das müssen wir in Gelegenheit werden. Solche Passspiele wollen wir nicht mehr sehen. So, Berner am Ball. Jetzt komm her. Sehr schön von Berner. Härter Maul. Härteres Maul. Ja, genau. Oh Mann, ich lauf doch doch. Mann, ich lauf doch doch. Ja, genau. Kirchhoff. Ich verstehe nicht, was sie da machen die ganze Zeit mit Berner. Die lieben sich, glaube ich. Jetzt komm, hier. Ja, genau. Mua. Okay. Ich sehe es, das wird nicht einfach gegen die. Sehr schön. Nein. Achte auf deine Position. Ich bin jetzt wieder schuldig. Achtung, vor der Flanke. Achtung, angreifen, angreifen, angreifen. Sag mal, was ist da los mit euch, ihr Blindfische? Okay, das war jetzt gar nicht schön. Aber Hauptsache mal einen Befreiungsschlag gemacht. So. Passoptionen schließen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Riskante Grätsche. Ach. Ach, für uns. Aber ich hätte vielleicht den Ball bekommen und das wäre richtig gefährlich für die gewesen. Warum pfeift er ab? Warum pfeift er ab bei so einer Gelegenheit? So, ich passe lieber mal auf meine Position auf. Angreifen, Leute. Angreifen, Leute. Angreifen. Not wait. Obiang, du. So. Schlechter Pass von mir, oder? Das war nicht von mir. Carol am Ball. Obiang. Payet. Achtung, Payet. Obiang. Sehr schön. Sehr schön geklärt. Nein. Ich wollte doch einen Rückpass machen. Warum passt er da in die Mitte? Also, es ist echt blöd, mit einem Mann zu spielen. Ich glaube, ich werde ab der nächsten Runde mal mit dem kompletten Team spielen. Schade, dass ich jetzt nicht mal nicht mehr einstellen kann. Beirahm am Ball. Carol. Immer noch Carol. Wow. Sehr schön, sehr schön. Da geht was. Da geht was. Kommt, kommt, Leute. Ja. Super Timing. Den Ball holt er sich. Komm. Ach, die spielen einfach zu langsam und warten und warten. Was soll das hier? Kirchhoff und Payet. Nein, nicht Payet. Bernard, die lieben sich. Borini. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein. Nein, das war so schön. Das war so schön. Nein, ich ärgere mich jetzt gerade. Kuya Tee. Kuya Tee am Ball. Ja, genau. Die Nummer 8. 22, Beirahm. Angreifen, Leute. Angreifen. Der ist gefährlich. Der Ayu ist auch schnell und torgefährlich. Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Sehr schön. Nein. Okay. Das habe ich nicht gerochen, dass da jetzt einer kommt und grätscht. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Ja, was machst du jetzt? Hey. Gibt es doch nicht. Komm, schneller spielen. Oh Mann, Leute. So schwach. So schwach. Also, ich habe jetzt keine Lust noch mal auf ein unentschiedenes Spiel. Ich habe nur schwache Feedbacks. Scheiße. Ja, das heißt jetzt nur... Und jetzt wechseln sie. Gas geben, Gas geben. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Komm. Die beiden lieben sich, ey. Komm. Nicht immer zurücklaufen. Typisch Computerspieler. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sie suchen die Lücke. Ah. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Aber jetzt der Ballverlust. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also mein Spieler ist... ...noch so langsam. Obwohl ich schon fast 80 Tempo habe. Kann fast nicht wahr sein. Okay. Dann warten wir halt noch mal auf so eine Gelegenheit. Und machen es dann noch besser. Andrew, are you? Kommt, Leute. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Sehr schön. Hey. Das gibt es noch nicht. Sehr schön. Kommt, 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 kommt. Alter, war das gefährlich. Fast die Führung. Okay, was jetzt? Kirchhoff. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ah, mein... Ich erhole mich mal ganz kurz. Ich bin ja voller im Arsch. Da gewinnt er den Zweikampf. Sie kommen nicht durch. Komm. Nein, 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 nein. Was machst du da? Was machst du da? Ich hab's ja kommen sehen. Kuiaté. Kuiaté. Ayu am Ball. André Ayu. Komm jetzt, komm jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Immer noch sehr schön. Ja! Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Sehr schöner Pass von mir, aber... Der konnte nix draus machen. Jetzt vielleicht was? Ach. Darf ich den Eckball machen? Warum darf ich nicht schießen? Also flanken. Ah! Wieder ein Eckball. Okay, Leute. Wow! Ah, fuck. Schwache Pass-Ansage. Mann, warum schwach? Oh je, oh je. Die Chance war da. Aber so wie es aussieht, wird es ein 0-0-Spiel. Also gut. Kein Problem für den Torhüter. Und jetzt sind hier noch 20 Nulls. Wo kommt der hin? Wo kommt der hin? Wow! Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Jetzt ruhig spielen, ruhig spielen. Ja! Nein! Wow, 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 wow. Scheiße! Komm, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Nord-White am Ball. Kojeté. Kojeté. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Kojeté, Achtung, der hat was drauf. Payet, er hat auch was drauf. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Also Torwart hätte ihn auf jeden Fall gehabt, den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen verschwann bringen. Der Abwehrspieler kann sich ja nicht immer da drauf verlassen und muss seine Arbeit machen. Komm, 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 Torwart, sehr gut. Sehr gut, Torwart, komm. Schnell weiterspielen. Sehr schön. Sehr schön. Nein, nein. Alexander mit dem schwachen Pass. Wir haben den Ball immer noch. Was für ein Wunder. Nein! Okay, ich spiele sowas von Kacke gerade. Ich weiß nicht, aber die komplette Mannschaft, nicht nur ich, also da geht gar nichts. Die laufen eher zurück zum Torwart als nach vorne. Was war jetzt los hier? Okay. Komm, nochmal so ein schöner Pass, komm. Bernhard, komm, nochmal so ein schöner Pass. Schade. Ich habe Pass angefordert eigentlich. Naja. So, Leute. Warum machst du nicht schnell? Warum machst du nicht... Ach, Mann, 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 Mann. Warum ärgere ich mich überhaupt? Ich mache als nächstes komplettes Team, dann ist das alles vorbei. Jetzt Alexander. Und die Möglichkeit hat er gut unterbunden. Ja, 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 ja. So kommt er an den Ball. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschauen. Vielen Dank an euch, jeden Einzelnen. Ist mir sehr wichtig. Lasst gerne eine Bewertung da, falls ihr da wart. Damit ich weiß, wie viele es... Ja, und bleibt dran und unterstützt mich weiterhin. Ich sag dann mal, ciao. Ist gleich vorbei. Oh, Mann. Jetzt nochmal richtig knapp hier zum Schluss. Weg, 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 weg. Achtung. Alter, macht keinen Scheiß. Ja, und damit 0 zu 0. Haut rein, Leute.